Russland hat selbst eingekündigt, Christoph, eine Atomwaffenübung nahe der ukrainischen Grenze durchzuführen. Wie muss man das denn einordnen? Ist das tatsächlich mehr als nur Säbelrasseln? Ja, es ist natürlich schon alles Machtdemonstrationen. Wir benutzen oft Worte wie Säbelrasseln oder Muskelspiele, Show. All das stimmt schon zu einem gewissen Teil. Aber auf der anderen Seite ist es eben auch so, dass das Ganze auch als Warnung verstanden werden muss. Als Warnung an die Amerikaner vor allem. Den Russen missfällt da vor allem eine Angelegenheit, eine Sache. Und zwar der ukrainische Vorstoß in den USA, amerikanische Waffen gegen russisches Kernland einsetzen zu dürfen. Vor allem die Raketen Attackams oder auch die F-16 Kampfjets, die kommen werden oder Stinger Flugabwehrraketen. All das will man gegen russisches Kernland einsetzen. Und die USA haben dazu noch nicht die Bereitschaft, verbieten das nach wie vor. Aber das kann ja alles sich ändern. Und jetzt heißt es eben hier von russischer Seite, ohne das direkt so auszusprechen, Achtet darauf, wie euer nächster Schritt aussehen wird. Vielleicht ist das schon ein Schritt zu viel. Also die Warnung an die Amerikaner. Und ich denke, dass Russland, wenn es dann tatsächlich zum Extremfall kommen sollte, also wenn Putin mit dem Rücken zur Wand stehen sollte, überhaupt nicht zögern wird, taktische Atomwaffen einzusetzen. Also im absoluten Notfall. Nicht heute natürlich. Aber ausschließen sollte man das nicht. Christoph, danke für all diese aktuellen Informationen an Tag 819 des Ukraine-Krieges. Wenn ihr mehr News aus unserem Team wollt, dann müsst ihr einmal hier klicken. Wenn ihr auf der Suche seid nach spannenden Dokus, starken Reportagen, dann geht's hier entlang. Und wenn ihr Welt abonnieren wollt, neu entdecken wollt, dann einmal hier klicken. 2. Untertitelung des ZDF, 2020